Oh Gott! Hast du mal auf den Hintergrund geachtet? Ja, da bewegt sich die ganze Zeit so ein riesiges Ziel. Hast du ein bisschen was von Final Fantasy? Final Fantasy C? Hab ich nie gespielt? Ich hab keinen Final Fantasy gezockt. Ja! Ich hab's auch nur angezockt. Spoiler-Alert, da wo man rausfindet, dass das nur ein Traum war. Was? Echt? Arschloch. Weiß nicht. Ja, das war in Teil 10. Dann hab ich soweit nicht gezockt. Ah, der Dom ist halt sowas ein Arschloch. Ist immer am Spoilern. Ja. Aber selber will er nicht spoilern. Ja, wenn wir irgendwas spoilern, dann rastet der sofort aus. Aber ich hab den Dom auch. Zum Beispiel kennt ihr schon den Endboss von Skyward Sword? Ich hab auch schon. Das kenn ich. Ich kenn den Endboss von Skyward Sword. Den kenn ich auch. Ja, sag mal. Ich weiß nicht wie er heißt, aber ich weiß wer es war. Es ist nicht Ganondorf. Nee, es ist nicht Ganondorf. Gannenstadt. Nein. Ja. War lustig. Ganon City? Ganon Town. Nein, das wär wieder Ganon. Ja, so. Das ist natürlich, nee. Vollkommen irrelevant hier. Hey, nee. So ne Schwachsinn. Kann ja gar nicht. Auf einmal triggerst du diese Viecher da raus. Ja, vielleicht weil ich den gekillt hab dem einen. Auf einmal tigerst du diese Viecher da raus. Tigers. Ja. Tiger, die da raus drin drin rein. Du kannst dich durchschlagen, ne? Was? Nein, nicht mit dem. Ich nicht? Nein, mit dem noch nicht. Es geht nur mit Flank. Wollte ich noch gar nicht. Also guck mal. Arbeit ist vor. Alte vor. Das ist vorbildlich. Das ist Vorarbeit. Los go. Okay. Du musst hoch springen, wenn du den triffst. Dann schießen. Wo ist denn das Ziel? Ist das nicht auf rechten Stick? Wo ist das denn noch? L1, oder? Ja. Achso. Wo es bei Shootern immer ist. Ich weiß der Dominik aber nicht. Der Maul. Wobei der spielt eigentlich gerade einen ziemlich guten Shooter. Mhm. Mit dem Kling. Ja. Ja. Wie war das noch so? Wie war das noch so? Wie war das noch so? So war's. So war's. So ist er rein. Will holen. Wie mache ich das mal? Stahlkreuz links. Stahlkreuz links. Da. Richtig so? Richtig so? Ah ja. Willkommen zurück. Ich hab auch schon langsam angefangen, ihr Fest zu rosten. Hä? Was? Hat der Azimut gerade? Hat er es gerade voll getrollt? Ja. Der hat gesagt, boah. Ist ein Trollolololon. Goldbold. Oder? Goldbold links. Da. Rechts. Ne weiter rechts. Da. 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 Wo? Alter Aust. Holz? Wie viel haben wir jetzt? Goldboi? 17? Goldboi. Wir brauchen 32 Brayne. Was brauchen wir? 32? Für den Johnson? Ja. 32H? Echt? 木 hat. Das lohnt sich nicht. beardxy toll? ig lohnt sich nicht. Die weiß nicht. Natürlich lohnt sich das nicht. Den Johnson lohnt's immer. Du 어렵st mal syml. Das Gegner? Hallo, Gegner! Ja, das sind diese fetten Frauen. So, wenn die schnippere hier weggehen. Ja, Mann. Was sind sie denn hier? Da hättest du jetzt einen Doppel-Shot hingekriegt. Boah, ich hab in meinem neuen Let's Play einfach mal einen Dreier-Schuss hinbekommen. Einen Dreier gemacht. So, da stand zwei Leute haben sich so unterhalten. Die dritte Waffe ging so dran vorbei. Ich hab mit einem Schuss alle drei. Was ist denn los? Das ist aufgenommen. Starkes Ding. Freuen wir uns doch dann und hoffen, es kommt demnächst raus. Ich bin mal gespannt. Ich weiß noch nicht. Ob das rauskommt? Ja. Ja, toll. Dann erst anwerben und dann... Mach doch einfach raus. Mach einfach raus. Du musst das ja jetzt erst mal lösen mit dem Avi-Problem. Das ist ja kein Problem. Haben wir ja schon... Ja, warst du schon mal 87 Gigabyte konvertiert? Ja, muss er länger warten. Ich hab mich unterschreckt. Oh, da ist ja noch wer. Oh fuck. Das sind fliegende Amazonen. Amazonis. 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 Ja, das verstehe. Das verstehe. Das verstehe. Domme, warum machst du mir alles nach? Hä? Was? Ja, du nicht. Du ist nicht Domme. Ja, was macht Domme denn, was er dir nachmacht? Ja, Gane. Ja. Aha. Habe ich nicht so bekommen, dass du Gane hast. Tim hat auch das Gane erfunden, wie es scheint. Ja. Oh, wie du fies. Unter anderem. Der zweite Name... Ist Gane. Heiß ich Sandmann. Puh. Tim Sandmann. Puh. Aber nix mit Gälen zu nennen. Sondern mit der Scheiße, die man morgens in den Augen hat. Damit habe ich auch zu... Danke. Vielmals. Tim. Tut mir leid, aber es mussten irgendwo Abstriche gemacht werden. Union und... Was? Einen geilen Wurfstern-Wurfwerfdinger. Was? Was? Das geile Wurfstern-Wurfding. Was gehört? Das geile Wurfding-Wurfding. Warum haust du den? Da haben die einfach wie fett die sind, ey. Ist das bei denen auf den Planeten normal? Ja. Aber mit dem Hammer gerade, ne? Peter, die die sagen wir mal, ey. Tiddu tut 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 tut. Hast du eben auch dann geguckt, Hammer? Nein. Das weiß ich auch welchen ihr meint. jeweler, du bist so stark, Dチャンネル. Alter! Donner, einfach mal die Jacob putt. Jooch! War mir ein Weg, Mann. Hau mal da drauf. Was passiert? Die Mine? Ja. Ja, lass mal. Mach mal. Bling! 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 Das sieht so awesome-mäßig aus. Versuch mal die Lange nach. Boah. Okay. Ja. Du musst erst reden in der Mitte. Achso, erst. Okay. Dann raus. Ah, nee, doch nicht. Stimmt, Dommel. Ah, mein Fehler. Und jetzt drehen. So was. Moment, nee. Oder vielleicht erst... Doch lieber erst rein? Ja, erst drehen und dann rausziehen. Ich bin beeindruckt. Ja, ich hab's gewusst. Also, Dommel, war schlecht von dir. Ja, wie du sagst, sind es? Weil ich euch zwei... Dummies mal zukommen wollte. Alle Tims, ich wusste... Das stört mich nicht. Jetzt wird's kompliziert. Wo ist denn das ein anderer? Da. Und das da. Ja. Welchen müssen denn da raus? Das hier wahrscheinlich. Da. Achso, nee. Das passt. Einfach nur so drehen, dass es passt. Was sehen wir mal so? Okay, da. Ich bin mir noch vor... Wie wär's, wenn eigentlich alle draußen sind? Ja, das ist auch. Das geht ja nicht. Ich kann aber irgendwie ein Ding nicht rausziehen. Was ist da los? Was geht los dabei? Geht wirklich nicht? Oder bin ich zu blöd gerade? Nee, geht wirklich nicht. Hä? Muss ich dann vielleicht wirklich einfach nur irgendwie komplett anders drehen, so? Einfach mal weggehen. Geht nicht, da hört er auf. Ja. Dann muss mal los. So, vielleicht geht's ja jetzt wieder. Machst du nicht in die andere Richtung drehen? Geht das? Nee, geht nicht. Muss mal los. Was will jetzt passieren? Nee, du musst auf jeden Fall die... Du musst das ja den einen reindrücken, den anderen rausziehen. Also wenn's nicht geht, dann spring ich erstmal runter oder geh kurz weg. Ja, der hier muss ja eigentlich rein. Der andere, der da raus. Aber der will auch nicht machen. Der muss da raus. Ja. Rein muss er. Armleuchte. Genau. Ist das eigentlich schon eine hübsche Insel? Da will ich hin. Oh, ein fliegender Fisch. Fisch. Wahl. Wahl. Fisch. Hä, wieso geht das nicht? Ich verstehe es wirklich nicht. Ich spring kurz runter. Sicher? Ich spring mal runter. Jo. Okay. Im Zweifel. Reset. Jetzt genau, wenn du runterspringst. Okay. Was machst du? Ich will doch mal so ein Seil zu machen. Dom ist so voll. Ich kann nicht runterfallen. Ist unmöglich. Ich kann nicht sterben. Doch, kann ich. Hast du ja gerade gesehen. Ja, jetzt geht's natürlich. Scheißteile hier. So. Also, der. Wann ich verarsche? So. Der muss rein. Der muss da rein. So, der muss raus. Raus muss er. Armleuchter. Der muss da wieder raus. Raus muss er. Raus muss er. Armleuchter. So. Geht. Doch. Ah, liegt doch die Schraube im Gewinde, Freunde. Exakt. Ah, das ist wirklich nicht so. Doch. Nein. Ganz einfach. Oh, das ist die andere. Sieh mal einer. Mit dem extra dicken Hüft noch. Lieblings Lombaxe. Lombie. Heißt das. Hm. Der hat immer noch Lombux. Übergib uns Klenk, dann lassen wir dich in Ruhe. Diese Expression im Gesicht, ey. Guckt einfach nur ganz gut. Ah, 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 ah. Ah, ich bin fett, ey. Guckt jemand. Finde ich gar nicht so fett, dann. Ich finde die Beine, die sehen aus wie ein Croissant. Stimmt sogar. Oh, ist ein geiles Buttercroissant, ey. Der hat sich aufgeteilt. Rotes Team übernehmt den Rebellen. Wir übernehmen den Kleinen. Verstand. Rotes Team, wer. Du musst einen Buttercroissant, ey. Buttercroissant. Croissant. So, nur kleiner Tipp, wenn du die A von den Klingen runterholst, dann sterben die. Wenn ich was? Wenn du die A runterholst, dann sterben die. Directly. Instant kill. Da brauchst du nicht mehr abzuschießen, wenn sie unterkommen. Du meinst so über der Luft. Über den, über den Luft, über den Abgrund. Muss die Freiheit wohl glänzen. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man. Gehen beim, liegen im Himmel verborgen. Sind dahinter verborgen und dann. Was macht die fette Schlampel? Ach, wie gut, dass niemand weiß, was die fette Klampel macht. Ja, toll, vielen Dank. Ja, ja, nichts gebracht hier. Sack, ey. Ah ja, schön. Fick dich drin rein. In dein schlussig an. Oh, scheiß, man, die wäre mit dem Hammer cool, ne? Aber, ja, zu kurz gedacht. Zu kurz gedacht? Ja. Genau wie die ganzen Weiber, die ich angucke. Übertreiber, Weiber. Die sagen auch immer, ah, dumme. Na, hast du echt zu kurz gedacht. Hast du? Ja. Ich hab zu lange gedacht. Genau wie wenn du versuchst, dein Passwort anzugeben und das Penis eingibst, dann steht da auch, mein Passwort ist zu kurz. Tim, den hatte ich noch nie gehört, der wird zwar sehr gut. Ja. Dein Passwort vielleicht. Wenn ich da Penis eingebe, dann steht dein Passwort ist zu lang. Viel zu lang. So kann ich nicht arbeiten, Leute, ne? Wieso denn? Ehrlich mal. Kurze Pause, Leute. Er ist unterwegs zum Trainingsparcours. Na, mach dir nichts. Gleich drin rein. Oh, da gut, guck mal. Ja. Wo soll ich den lassen? Ja, ja. Das ist ein Entschicht, ne? Oh, das Croissant, das Croissant-Vibe, ey. Das Croissant-Vibe. Was hilft gegen ein Croissant? Ein Croissant? Kaffee. Ein hungriger Franzose. Oder ich. Oder ich. Oder ich und ein Glas Nutella. Und ein Glas Nutella. Was war denn ganz Glas Nutella? Was ist da los, ey? Ich will endlich wieder Leute... Domme und ein Glas Nutella gegen die Mächte der Croissant. Muss ich das nicht hinwerfen? Wahrscheinlich auf die Frau oder da rein. Wie das voll den Abfall kriegt. Erinnert mich überhaupt nicht an Halo, ey. Wissen Sie, wo man sollte? Ja, wo wir in die Luftschächte diese Granaten einwerfen mussten. Croissant. Patz, Junge. Über den Wolken. Besuchst du uns für die, bitte. Alter, bitte, ey. Hab das im Griff. Ganz gewöhnlich. Meine Sorge, meine Sorge. Er hat bei mir ein Zertifikat. Ja. Er hat bei mir zwar nie die Schule besucht, aber da ist ein guter Freund. Und dann hat gesagt, gut, du triffst bei mir jetzt trotzdem ein Zertifikat. Dass du kurz da warst und es versucht hast. Versuchst. Genau. Ich hab ihn reingelassen, obwohl der kein Jedi, Gott oder Mensch. Er hat einen halbenenenenenen. Er hat einen halbenenenenen. 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 ich bin nie so geiler wechsel ich bewahre die geilen sachen auf und dann denkst du das game mal zocken words of wisdom jetzt eine tote panta katze würde ich auch sagen bevor wir durch die tür schreiten so cool sein lombox noch nie aus hat rein leute wir sehen uns doch auch euch gleich teilt oder dass man geiler genießt genießt was deine mutter ok tschüss